Ich habe hier gerade einen Clankrieg, also wollte ich mal kurz angreifen. Ich habe ein vorheriges Video auf Englisch gemacht. Ich hoffe, ihr könntet das verstehen, weil da war im Clankrieg eine lustige Luftbombe. Und es sollte alles fertig sein. Ich habe mir noch nicht so eine gute Taktik überlebt, aber... Das hier sieht schon ein bisschen besser aus. Ich glaube, ich mache diese hier. Also greife ich einfach mal an. Ich habe hier einfach eine schnelle Taktik. Kann gut sein, aber naja. Oh, Riesenbombe! Glück gehabt, dass das nicht komplett auf den Brauwer-König gegangen ist. Ich bin laut. Komm schon, Drache! Ach, kack! Jetzt müssen wir aber auch auf die Luftabwehr gehen. Nein, wie dumm ist der Baba-König! Mein Gott, ich gehe auf die Luftabwehr. Ja! Oh Gott, Glück gehabt! Hilf doch, den Magier! Oh, so viel Glück aber auch! Wenn da unten noch ein Gebäude wäre, hätte ich das sicherlich nicht geschafft. Oder vielleicht ist da noch eine Bombe. Na ja, da ist ja schon ein Magier weg. Ich glaube, drei Sterne! Uh, so viel Glück war da drin! Irgendhaft! Jetzt... Uh, das wird knapp! Ja! Ja, gut gemacht! Klack-Klack-Sieks-Bonus! Uh! Oh, jemand greift gerade an! Ach, zu spät! Oh! Drei Sterne! Nein! Oh nein, ein Stern? Oh doch, drei Sterne! Dumm aber auch! So, dann trainieren wir mal wieder ein paar Sachen. Ich hab nicht mal brücher gemacht. So, bis zum nächsten Mal. Ich hoffe es hat euch gefallen und tschüss.